Ja, um die Psycholevels gestalten sich jetzt hier ja etwas anders als noch in Max Payne 1, The Hero Cops, ähm, hier läuft man hauptsächlich komisch durch die Gegend, und zwar diesmal nicht auf einen roten Faden, oder wer klopft da? Gehen wir doch mal hin. Ja, das Fahndungsfoto von Mona's Sex. Und ich finde auch ganz aufgestanden, diese Psycholevels sind wesentlich, wesentlich besser gelungen als bei Max Payne 1 noch. Weil die einen, die in Max Payne 1 waren sie ja schon ziemlich gruselig, aber Max Payne 2 ist richtig schlimm zum Teil. Gehen wir da lang. Diese höllisch lange Treppe runter, die immer länger wird. Bitte, wir fallen Kartons runter, von wem auch immer, nicht von mir angestoßen. Und wieder im Krankenhaus. Hier ist Blut, und er öffnet sich eine Tür. Wer ist das? Mona. Okay. Kommt er jetzt hier raus? Nein. Was machst du hier? Warum lebst du? Okay. Gehen wir mal rein, wenn sie das schon will. Ich werde gut sein, wenn ich nicht gut bin. Max ist hier jetzt. Du kennst, Max. Ich werde dich an, wenn es vorbei ist. Wir müssen jetzt auf den Ort, die Payne ist in der Zeit. Sie wissen, dass Sie wissen. Sie müssen gehen. Max Payne! Drop Ihre Weapons und kommen mit Ihren Händen über Ihren Händen. Das ist Ihre letzte Warnung. Run, Payne, run! Wir werden sie schießen. Bring ihn down. Schießen und schießen. Wir können nicht fliehen. Wir können etwas zur Seite hechten. Aber letztendlich erwischen sie uns doch. Wir können uns doch nicht schießen. Wir können uns doch nicht schießen. Wir können uns doch sagen, was du getan hast. Payne, du hast. Alles, was du sagen, wird dir benutzt, gegen dich. Was hast du verletzt? Sie ist ja nicht? Die Leute, wenn du dich verletzt hast, sterben. Du hast deine Familie verletzt. Du hast sie alle verletzt. Verletzt. Ich habe meine Telefonkarte? Du hast es bereits. Nein, werde ich nicht. Auf keinen Fall. Ja, was für ein schöner Traum. Wenn du wachst, ist die Welt ein Blur. Was in einem Traum war, macht das nicht Sinn. Keine verrückten Rescues, keine einfachen, magischen Weg raus. Aber es ist wieder wachst. Aber du bist wachst. Chapter 4. Kein uns in diesem Fall. Kein uns in diesem Fall. Du bist ein Mörder-Suspekt. Ich sollte dich in holen. Ich war hinter dem Badge. Die reale Sache ist nicht das, was du denkst, es wird sein. Oh-oh. Sniper! Sie haben mich gefunden. Das war ein Fehler. Warte, Mona! Sie hat mich aufgewacht. Sie kamen und gingen. Und jetzt wurde ich aufgelöst. Ich musste sie holen. Und herausfinden, was passiert war. Das kriegen wir schon hin. Aber erstmal müssen wir hier rauskommen, ohne dass uns der Sniper erwischt. Ich nehme auch den Painkiller mit, der ja schon ein Nachttürchen wartet. Schön, nachdem wir aufstehen, bisschen was leckeres essen. Painkiller ist doch super. Ist hier noch was drin? Ja. Munition. Im Badeschrank. Hey you! Wuhuhu. Hä? Wir hätten gerade Hey you gesagt. Achso. Zu Mona. Ah, Mona tut ihr wundervolles Werk. Und wieder sind es die Cleaners, die hinter uns her sind. Diesmal rennen wir vor ihnen weg. Nichts, was die Tür von der anderen Seite abbringte. Mist. Oh nein, du wirst nicht! Geh raus! Geh raus! Halleluja! Eine rüstige alte Frau, oder was? Niemand wird mich aus meinem Haus fahren. Wichtig, mit der Schraube, Frau. Der Detektiv von 304? Ich habe eine andere Schraube, wenn du es brauchst. Ja, warum nicht? Okay. Mal sehen wir die Schraube. Komm in. Ich fühle sie lange in der Wohnung. Eine Frau mit zwei Schrotflinten. Dankeschön. Pudelums. Das war ein schönes Wohnhof. Ja, und jetzt geht alles für die Hunde. Warte mal. Du siehst es? Warte mal. Gut. Du siehst... Locke die Tür und sie nicht für niemanden öffnen, aber die Polizei. Ah, wieder so ein Cleaners-Mobil. Ich stehe aber echt ungünstig hier. Was sich auch für die Cleaners bezahlt macht. Vielleicht können wir die einfach umgehen oder ignorieren. Das probiere ich mal aus. Einfach hier hin, dann hier rüber. Dann hier ins nächste Fenster rein. Wunderbar. Viel besser. Jetzt wieder fünf drücken. Schnell gespeichert. Und ich habe bis jetzt keine einzige Kugel abbekommen. Großartig. Was möglichst auch so bleiben sollte übrigens. So. Einer ist schon mal tot. Günstig. Uiuiuiuiuiui. Da fliegt aber eins durch die Luft. Warte mal. Können wir jetzt wirklich mal vielleicht so eine Granate werfen? Wie war denn hier? Äh... Nicht G. F vielleicht. Ah, F ist gut. Naja. Einer zumindest. Und die restlichen drei. Das war ja sehr günstig. So. Nochmal. Äh... Nochmal nachladen. Und weiter geht's im Text. Fünf. Fernsehen. Und der pennt. Herrlich. Lords and Ladies. Meine Lady, warte. Mein Lord. Meine Lady, das ist eine Überraschung, dich hier zu finden. Wollt ihr mich für mich, Bajan? Mein Lord, ich... Ich war... Oh. Das ist so schwierig. Meine Lady? Mein Lord, ich kam, dich zu sehen. Aber jetzt, dass ich hier bin, kann ich sehen, dass das ein schreckliche Fehler war. Meine Lady, nein. Sicherlich... Mein Lord, ich sollte gehen. Wenn jemand uns zusammen sehen würde, dass deine Verwaltung zerbrochen wird. Meine Lady... Bleib. Mein Lord, bitte. Entschuldige mich. Meine Lady! Herz erreichend. Ja, könnte auch ein Roman von Bastei-Lübbe sein. Entschuldige. Ja, gut, dann muss er wieder an. Entschuldigung. Ja, 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 ich... Lass dir mal, lass dir halt mal deinen Sälchen. Eins, wo du wahrscheinlich schlafen kannst. Und der redet immer noch. Mein Gott, ich bin auch schon nicht mehr da. Kaufmann hat sich umgekehrt. Lass uns den Mann finden, damit wir ihn ausführen können und nach Hause gehen. Ja. Kannst du euch wissen, was das ist? Der Fatality- Uiuiuiuiuiuiuiui. Den dritten hab ich nicht gerechnet. Aber günstigerweise haben wir ja noch einen Painkiller. Und die wollten dorthin gehen. Ja, das finde ich. Hm, danke schön. Von all diesen Klingern, denkst du, dass das Platz besser wäre. Ich habe sie in den Korridor gesprochen, mit den Armen. Oh, ich erinnere mich auf den Sonnenschein in dem Land mit meinem Ben. Oder war das etwas, was ich auf TV gesehen habe? Ja, danke auf jeden Fall für die Painkillers und es hat uns einen Tipp gegeben, dass irgendwer oben ist, also weitere Cleaner sind oben. Sollen wir jetzt hier raus? Weiß ich gar nicht, Moment. Kurz mal F5 drücken. Kommt man hinten raus. Nein, wir müssen wirklich aus dem Fenster rausklettern. Aber das sind wir mittlerweile gewohnt. Und hier lang. Ach ja, und hier kommen wir nach oben. Wunderbar. Ich habe den Snipern gefunden. Die Runde war voll von Verwaltungswerkzeugen. Sie haben mich über Tage, Wochen, Monate sogar. Na, wie schön. Meine Reaktion habe ich observiert, gesammelt, analysiert. Das Ort war das Beweis, was jeder paranoische Träume erinnert hat. Okay, kann man da durchgucken, bestimmt. Das Haus ist, wo dein Herz ist. Simpel. Nicht wie in einem Film, wo der Hero eine Chance hat, den Boden zu verbrechen. Mal nach einem Zeitpunkt war es ein Haus in den Suburbs. Er öffnet die Tür und BOOM! Jetzt. Nichts war mehr davon. Ja, dumm gelaufen. Ich war nicht glücklich, wie die Klinger ihre Arbeit machen. deponiert haben. Diese sollte hochgehen, wenn er einmal die Tür öffnet. Und dummerweise kam gleich ein dritter Klinger hinzu, hat die Bombe aktiviert und hat die drei Luft gejagt. Dumm für sie. Ist hier irgendwas drauf? Hey, where are you? You're late again. Look, this insomnia crap isn't fooling anyone. I know what it's like. I just want to help. You should come to an AA meeting with me. Thank you for calling dangerous liaisons. For Candy, press one. For Sandy, press two. For Mona, press three. You press three for Mona. Hi, this is Mona. What's your name? Ach, du großer Gott. I just need someone to talk to. Honey, this is a phone sex line. All we do is talk. Right. It's... How do you fix something like that? I thought it would help, but it only made it worse. Just give me your credit card number and I can listen to you all night. Killing them all only made it worse. I didn't bring them back. Hey, what are you? Some kind of weirdo? Yeah. This was... Sorry. Ach, Max. Du bist schon echt ein bisschen gestört, was? Ruf eine Telefon-Sex-Hotline an, um mit Mona zu reden. Aber ist natürlich nicht der richtige Mona. Dumm gelaufen. Oh, guck mal. Ein kleines Fotostudio im Bad. Wiederum mit Pain-Killer. Und wahrscheinlich... Sehr unschöne Lösung in der Badewanne. Legen wir uns am besten mal nicht rein. Es ist nicht die gleiche... Pain! Da, schütze mich! Weg, 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 weg. Weg, weg, weg! Weg, 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 weg! Weg, weg, weg! Weg, 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 weg! Weg, weg! Schütze mich! Nein, 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 nein. Schroffinden aus dem engen Raum sind großartig. Und eine Granate aus dem engen Raum ist leider auch großartig. Deswegen muss ich noch einen Pain-Killer nehmen. Äh, und... Ach, nee, warte mal. Wisst ihr was? Ich bin die letzte Schroffinde erstmal ausgepackt. Nochmal eine F5. Oh, jetzt ist der Kraschnikow. Die Schroffinde wollte ich doch haben. Oh, mein Gott. Okay, die alte Frau rennt weg. Links ist niemand. Rechts ist jemand. Beziehungsweise war jemand. Und da kommen schon weiter runtergerannt. Na, auch die werden wir erwarten. Ruh! Es ist dumm, wenn man eine Granate wirft, aber so beknackt, dass man selbst in Gefahr gerät dabei. Warte mal. Die Frau ist da unten abgehauen. Die alte Frau, da habe ich die Sicherheit, hoffe ich doch zumindest. Denn da haben wir schon alles geklärt. Gehen wir mal weiter nach oben. Aber erst mit einem... Saftigen Druck auf die F5-Taste und da ist schon jemand. Gut, dass ich das nicht zielen kann. Noch jemand? Rechts nicht, links nicht. Also weiter hoch. Rechts sehe ich gerade niemanden. Links sehe ich noch weniger, also vielleicht doch eher rechts. Okay. Auch hier nichts. Kann man hier rein? Sechs Etagen? Nein. Noch weiter höher. Okay, links. Niemand. Rechts. Niemand, aber jetzt auch Schluss. Ich würde nicht durchlaufen, ohne das Kode. Nach der Tür waren die Strecke. Sie waren keine Veränderung auf den normalen Wohnungen. Hm. Ne, funktioniert nicht. Bisschen also wieder runter und günstigerweise haben wir gleich den Fahrstuhl hier, der mit einem Brett offen gehalten wurde. Zack. Und runter. Das Schöne ist, Max Penn nimmt gleich den richtigen Knopf. Es gibt nur einen einzigen Knopf offensichtlich für ihn. Die Tafel rechts interessiert die offenbar gar nicht. Okay, da flieht irgendjemand vor... Achso, vor euch. Uiuiui. Da flog doch gerade der Granat an uns vorbei. Und dummerweise flog uns gerade eine Ladung irgendwas ins Gesicht. Also wieder die F9 gedrückt. Oh, man lacht. Ich war ja hier. Naja. Genauso schlecht wie mein erstes Mal. Ja, großartig. Sechs Etage war auch nichts. Und bevor ich diesmal runtergehe, werde ich einen kleinen Schnitt machen. Bis gleich. Tschüss. Da wäre gar kein Verzakksam. Da war doch nicht immer ein Verzakstanden, die contracts zu entwickeln. Da wäre einfach nur ein Verzesık hinterher.